Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier von South Park, äh, die Arschbomben der Gefeilten, die Arschbomben der Gekeilten, wie immer. Wir sind heute hier und, äh, ja, wir haben, ich glaube, somit irgendwie doch keine Quests mehr außer, ach, hier oben, ne, zum Rasins, ich glaub. Ich versuche, das zu lösen, äh, hallo, ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstergram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Wie jetzt? Na gut, zuerst gehen wir zu Rasins, eventuell gibt's da andere Probleme. Richtigen Weg, jo, sind wir. Richtigen Weg ist immer gut. Hör die an, die Schüssel, ich seh, ahhh. Warte, Sie haben fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Was ist denn hier los? Ich dachte, das wären aber von ein paar Personen. Aber gut, dann halt's mal Rasins. Keine Ahnung, aber ein Herzfrauen. Wo ist die Leidenschaft? So. Und nun, ah, warte mal kurz. Der wurde der angemiedert. Das kommt immer wieder gut an. Er ist tot. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. So toll, dass ihr da seid. Nimm das, Süßi. Moskito zu schlagen, um den Zauber zu brechen, wird ihn wahrscheinlich töten. Oh. Ich hab was für dich. Ich bin wieder da, Leute. Die Küche hat eine extra Portion Pommes gemacht. Da dachte ich an dich. Oh Gott. Nein, danke, Ma'am. Extra Portion Pommes. Wo zieht du wieder Verstand ein? Alter, verausgab dich nicht. Alles wieder. Ich nehm meine Blutprobe. Alter, null übertreibend total. Finger. Ow. Alles okay, Supertrack? Klar, mir geht's super. Oh, rein, neuer. Hm, naja. Ähm. Power. By Unreal. By Unreal Technology. Oder das eigentlich, müsste man sagen. Immer noch verliebt, der Herr. Au. Also los. Mega-Faust-Klag. Ein Feind viel. Meere. Und ab die Poche. Machen wir das mal, äh, so. Wäre doch angenehm, wenn wir es machen können. Spür regelrecht das Herzblut. Jetzt werde ich mein Ding in euch reinstecken. Oh, das klang falsch. Das klang sehr falsch. Aber gut, wieder war es angewidert. Und der ist, oder sie ist halt tot. Selber schuld, wenn du es selber anbiederst. Aber haben wir keinen Verbarmen. Denn heute gibt's Lachs mit Soße. Für den gewöhnlichen, sterblichen, bist du echt schnell. Wollt ihr nach der Tracht Prügel-Raisins-Kalender kaufen? Ja. Ich bin dran. Flitzfreak ist in den Startlöchern. Gleich kommt der Schwarm. Und wir haben sie besiegt. Und die, äh, ja. Die Armee. Der Verdammten. Auch nur. Gut, immerhin etwas. Gemeistert. Besiege acht Rasin-Girls. Es gibt ja Bonis. Yeah. Heute gibt's wieder gut. Moskito ist ein hässliches und wertloses Stück Müll. Mist, jetzt fühle ich mich schlecht. Oh klar, das gab's doch immer. Die Frage ist jetzt, ob wir hier rein dürfen oder nicht. Es gibt ja hier anscheinend ein bisschen Probleme. Und die müssen wir lösen. Kriege ich noch ein paar Fun-Fries? Keine Arschtritte, Brutalist. Ha, machen wir ein Foto. Und wieder neue Freunde. Ich glaub, der Link ist natürlich auch noch gerade, ne? Wir sehen uns. Tut mir leid. Ich folge nur Psychikern. Wieder, wieder was? Wie, was, wo? Tut mir leid. Ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Ich folge nur Cyborgs. Das ist mein Ding. Äh, ja, du musst die ersten Selfie-Pass besorgen. Was? Was ist denn das? Ein Selfie-Pass? Seine Diggi-Wigs sind so schwul. Ja, Industriefleisch ist so schwul. Äh, was? Was sind alles schwul heutzutage? Clydes Garage-Schlüchel. Oh, bevor du einen Pass hast, denke ich nicht mal im Traum daran erzählen. Ich will ein Selfie mit dir zu machen. Du bist kein Sprengmeister. Das ist der... Du bist echt schnell und echt schwul. Juhu! Äh, was ist das wieder zu tun? Schwul und schnell? Ist doch egal. Such mich auf coolster Grammar. Du bist kein Sprengmeister. Das ist der, was schwul keinesfalls. Hm. Aua, was zur Hölle? Oh, komm schon. Keine nass. Ähm. Wieso wird das auf der Mendo angezeigt? Ich hab keine Ahnung. Komm schon, sagt er, wo? Äh, warte, warte. Einfach alle, alle, äh, äh, blablabla. Ah, guck mal. Hier, da hinten, ne? Alle rasieren irgendwas. Besiegelte zehn Rasierengirls. Na gut. Das, äh. Ach, das kommt erst auf Stufe. Ach, oder was? Nee, gemeistert. Ach, wir haben schon acht Sachen gemeistert. Oh, das nächste wäre halt, ähm... Zehn Rasierengirls zu rasieren. Ich glaube, das machen wir. Irgendwie, wenn es dann soweit ist. Wie die Superpenner legen sich mit den falschen Rasierengirls an. Wirklich? Ich glaube nicht. Denn wir haben einen Vorteil heute. Machen wir. Aber nicht ohne einen Gegenschlag. Mein Saubgrüssel steht offen vor, Staunen. Alter, du übertreibst brutal. Was darf's denn sein? Was, rückwärts? Eine Konterbrutalisierung? Los geht's. Und nun, der Tod kommt selten allein. Zwei Mal Schlag, oh cool. Ich hatte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Bin ich ganz zwei auf ein, ne? Aber das ist es allemal wert. Scheiße, die Mängel genommen. Verdammt, Kacke. Hm. Ein bisschen wütend ist immer gut. Hm. Wieso nicht? Ich muss mir die Zähne putzen. Sofort. Und? Hey ihr Süßen, ich hoffe ihr habt Spaß. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Werd nicht sauer, werd schnell. Blitzfreak, tischt los. Das ist gut, ey. Wir haben ein bisschen... Du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes mal lieber den Mund zu. Ein paar Sachen. Aber wir sind jetzt angemeldet. Von dem her... Den infiziere ich jetzt. Ich glaube, wir nehmen es mal so hinüber. Und nehmen alle. Auf einmal. Das geht einem auf die Arsch. Ich bin schon wieder. Ja, wir haben wieder drei Rasinen-Rosinen zerschmettert. Und wir sind nun... Oh, noch ein paar Schritte entfernt. Aber wir müssen wieder den... Können wir den Screen wechseln und dann wieder reinkommen, wenn wir das wollen. Gibt es da irgendeinen Beloni oder sowas? Guck mal an. Schon wieder. Ja, haben wir. Noch zweimal müssen wir. Also jetzt mit diesen... Zweimal, ne? Ne, vier sind es ja. Geht ja eigentlich. Wenn wir besiegen, ist es Ende. Ende im Gelände. Scheiße. Durch alle anderen dran, aber... Gut, Kratzer-Tacke. Haben wir hier Probleme. Es sind aber sehr gute Gerüste gegen soweit. Möchte man sagen. Jetzt kommt eine gute Attiklüde. Die Plattitüde. Mit ein bisschen 50er. Also 100er auf einmal, ne? Ist egal, was wir machen. E2 am Arsch. Mir geht's nicht so toll. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Oh nö. Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Was? Wir selbst? Kamerad am Boden. Er ist der Super Craig. Ja, haben wir. Nämlich so rum. Super Craig ist super. Ich hab Verluste. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die Nutheiz tragen müssen. Irgendwie der Tod. Und sie wird auch gleich dead. Liene sein. Und die ist, glaube ich, nicht angewidert. Die ist nicht angewidert. Ich lege das Immunsystem von jemandem lahm. Im Ernst? Will ich noch einen schlucken? Irgendwie plötzlich. Und dann irgendwelche... Nur noch drei. Was? Die beiden sind immer noch zusammen? Nee, Arsch ist tot. Also jetzt dein Leich. Ja, ja. Sehr witzig. Es ist Craig-Zeit. Ich meine Super Craig-Zeit. Super Craig-Zeit. Für nur drei Schläge. Und wir machen 74 raus. Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen. Oh Mist, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen. Äh, Leichen lutschen. Das geht immer gut. Und wir haben nur noch einen neuen Titel. Denn wir haben 10 neue Girls freigeschalten. Alle Rasin-Ripper-Titel auf dem Rack der Bogen. Tönerwetter. Plus 20. Cool. Ubisoft, danke sehr. Was ist nie mit 1 gesetzt? Irgendwas ist mit 1 gesetzt. Keine Ahnung. Ähm, blablabla, 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 blablabla. Was haben wir sonst irgendwie noch? 4 von 8 Kopfaufnahmen. Äh, cool. Vielleicht kriegen wir von denen irgendein Info oder so. Könnte gut sein. Kleid, Lexus. Äh, haben wir da. Hübidi, hübidi. Aber bei diesem wunderschönen Mann gibt's ja nix mehr. Ich bin ziemlich gut mit Jimbo. Nettbefreude kleiner. Hab zusammen ne Show für Waffensicherheit gemacht. Aha. Da müssen wir kurz nachschauen. Jimbo, Jimbo, Jimbo. Ist links oben, glaube ich. Jimbo ist ein Gun. Links oben. Ähm. Hier gucken wir nicht durch. Und da auch nicht. Ich probier mal. Hm. Hü? Komm auch nicht durch. Hm. Oh, nicht schon wieder. Ein paar Freaks wie dir haben wir gesucht. Da kommt mal her. Wo wir... Warnung. Sie haben 5 Sekunden. Nicht schon wieder, ey. Immer diese... Twits oder... Instagram, äh... Kunstagram-Geschichten. Da ist ja echt mal nervig. Die ganze Zeit immer... Bim, bim, bam, 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 bam. Aber wir haben sonst wirklich nichts, ähm... Aber es ist natürlich hier. Wir müssen in der Nacht, äh... Rausfinden, wer das Auto-Touch-Rot hat. Ähm. Und hier ein schnell... Äh. Wie? Toy. Toy Saras. Der gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Da ist ja Konkurs gegangen. Glaube ich sogar. Müsste sogar hinkommen. Der wird irgendwie runter. Alle hassen, ich muss hier alles machen. Alles toolen, das. Oh, Mann, das geht manchmal ein bisschen auf den Sack hier, echt. Wieder Blitz. Gut, das werden wir sehen. Wunderprächtig. Und wir sehen uns auch, meine Freunde. Das war's heute mit einer guten Runde. Äh... South Park. Äh... The Fracture Butthold. Wir sehen uns. Bis dann. Wunderschönen guten Tag. Bis dahin. Tschüss. Und... Ciao.